Hallo meine lieben Freunde, ich möchte euch mit diesem Video auf etwas aufmerksam machen und zwar auf nichts Geringeres, dass ich tatsächlich jetzt nach 8,5 Jahren YouTube und über 5 Jahren auf Twitch tatsächlich endlich einen Sponsordeal eingegangen bin und zwar mit niemandem Geringeren als Instant Gaming, meine lieben Freunde. Ich bin jetzt offizieller Partner von Instant Gaming. Klar, ich habe mit Nvidia auch mal was gemacht, aber das ist jetzt kein wirklich richtiger Sponsor in dem Sinne gewesen. Bei Instant Gaming allerdings schon und ich freue mich. Ich weiß, ich habe mich jahrelang dagegen gesträubt, was rückblickend betrachtet ein sehr, 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 sehr großer Fehler war, denn ich meine, es tut ja euch nicht weh, ob ich von jemandem gesponsert werde oder nicht. Ähm, aber jetzt natürlich, je älter man wird, desto mehr Hinblick man hat Richtung Familie gründen und so weiter, braucht man mehr Absicherungen, gerade bei einem Job, den man selbstständig betreibt und deswegen habe ich mich entschlossen, mich Instant Gaming anzuschließen. Ich weiß, ich habe in den letzten Jahren viel MMOGA-Affiliate-Links verteilt zum Beispiel. Ähm, der Grund, warum ich mich von MMOGA dann jetzt getrennt habe quasi und mich für Instant Gaming entschieden habe, ist vor allem, dass Instant Gaming einen wundervollen deutschen Support anbietet, den ich bei MMOGA einfach nicht bekommen habe. Ich kriege bei Instant Gaming einen Ansprechpartner, der für mich da ist und das war für mich Priorität Nummer 1 tatsächlich. Und natürlich für euch sind die Spiele auf Instant Gaming sogar noch ein bisschen günstiger. Aber, äh, das war für mich wirklich das Wichtigste, warum ich jetzt, äh, stolz auch diesen Namen mit Instant Gaming verbinde. Äh, für euch ändert sich im Endeffekt einfach gar nichts, äh, außer, dass das Instant Gaming-Logo in, äh, den Streams vom Video zu sehen ist. Das sollte aber wirklich absolut niemanden stören, ob das jetzt unter meinem Logo ist oder nicht, denke ich mal. Und, äh, ansonsten sage ich nur, checkt unten in der Videobeschreibung mal die Seite aus, ja. Ähm, da kommt ihr dann hin auf die Instant Gaming-Seite. Dort könnt ihr auch alle neuen Spiele, die rauskommen, hier vorbestellen. Sei es jetzt FIFA 20, Borderlands 3, Pokémon. Auch eine sehr geile Sache, die Instant Gaming anbietet. Die bieten nämlich auch Switch-Spiele an. Und das alles natürlich wundervoll, äh, reduziert für euch. Äh, also es würde mich sehr freuen, wenn ihr in Zukunft einfach dran denken würdet, meinen Link zu nutzen, wenn ihr bei Instant Gaming eure Spiele kauft. Ähm, unten findet ihr unter jedem Video in der Videobeschreibung. Und für die Leute, die es im Livestream herausfinden wollten, einfach, äh, unter dem Stream im Panel aufs Bild klicken. Oder auch mit den Commands, Ausrufezeichen Angebote oder Ausrufezeichen IG. Und, äh, ja, das ist eigentlich im Endeffekt auch schon alles. Äh, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr das nutzt. Und, äh, möchte mich an der Stelle auch noch bedanken für alle, die, ähm, tatsächlich, seit ich es jetzt angekündigt habe, das, äh, YouTube-Mitgliedschaftsprogramm nutzen. Die Liste ist schon ziemlich gewachsen. Äh, ich bin gespannt, ob ich mir noch was einfallen lasse, weil der Platz da unten sogar schon langsam knapp wird. Ähm, vielen lieben Dank für euren Support, dass ihr, äh, hier auch das Projekt YouTube noch am Laufen halten wollt. Ich bin super motiviert durch die ganzen neuen Mitglieder, die noch an, äh, entweder das aktuelle Projekt glauben oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen Dankbarkeit zeigen für die letzten acht und halb Jahre, die ich logischerweise hier auf YouTube immer kostenlos angeboten habe. Vielen lieben Dank. Wenn du auch einmal Danke sagen möchtest, ähm, dann schau unter dem Video einfach mal auf den Mitgliedwerden-Button. Ähm, würde mich freuen, wenn sich dann natürlich noch mehr anschließen. Und, äh, das soll es eigentlich auch schon von mir gewesen sein. Wir machen jetzt, äh, weiter Half-Stone. Ich muss weiter schöne Videos produzieren. Deswegen streame ich natürlich jetzt auch weiter, ähm, Half-Stone. Schaut vorbei im Livestream oder freut euch auf die weiteren Videos. Es wird noch eine schöne Zeit zusammen, versprochen.